Da fällt mir ein, wir reden oft darüber, wie komplex Leadership eigentlich ist und was wir glaube ich noch nicht so oft erwähnt haben, was aber natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, auch in einer Leadership-Position muss man lernen, lernen können, lernen wollen. Weil das, was wir jetzt besprochen haben, das ist reines Lernen. Lernen, welche Ziele man sich setzen kann, lernen, wie die einzelnen Teammitglieder arbeiten, lernen, wie die Projekte in den Arbeitsprozessen tatsächlich funktionieren und dann lernen, wie du gesagt hast, welche Tools habe ich denn technisch zur Verfügung, dass ich dann Meetings vielleicht eindampfe. Das kommt ja nicht einfach nur so. Wie ich am Anfang gesagt habe, das ist halt schwer, aber da gibt es ja nur Benefits danach. Also man muss ja das dann auch wieder auf der Ebene sehen, ist das, es ist ja nicht so, wie du es vorhin so eingeworfen hast, ist ja nicht so, dass wir alle nur in Meetings sitzen wollen. Also es ist ja, wir wollen das ja eben eher reduzieren, würde ich jetzt mal meinen. Also je mehr wir das quasi inhaltlich und technisch sozusagen reduzieren können, desto besser. Also muss ich ja auch irgendwie da ein bisschen Energie reinstecken und zu versuchen zu lernen, wie ich das besser mache sozusagen. Also ich finde das eigentlich ein sehr, das ist ein schöner, ich finde das ein super Beispiel, diese ganze Meeting- und Kalendergeschichte, weil es da unendlich viel Potenzial zur Verbesserung gibt, gefühlt.